Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns mit Funktionen höherer Ordnung beschäftigen. Das hört sich erstmal mega geschwollen an und kommt natürlich gut bei eurem Arbeitgeber, wenn ihr wisst, was das ist. Aber ja, eigentlich ist es gar nicht so komplex, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Und zwar ist es bezeichnet, dass eigentlich bloß Funktionen, die entweder Funktionen zurückgeben oder Funktionen, die Funktionen als Parameter bekommen. So, selbst das hört sich noch mega komplex an, aber wir wollen uns beides mal angucken. Und eigentlich ist es wirklich nicht so schwer. Okay, zunächst einmal ruft mir hier mal einfach higher order function auf. Und das ist jetzt natürlich die Funktion höherer Ordnung, die wir erstmal noch schreiben müssen. So, diese Funktion können wir einfach generieren und das war eigentlich nicht mehr so gedacht. Und ja, das ist eigentlich gar kein so großes Problem. So, jetzt wissen wir genau, was das hier tut. Nun, diese higher order function bekommt jetzt eine Funktion als Parameter, okay. Das heißt, das hier drin ist einfach eine Funk, ja. Ich nenne sie jetzt einfach mal Funk. Und was die macht, ist folgendes. Das wissen wir im Endeffekt gar nicht, ja. Aber diese Funk, die hat natürlich einen gewissen Funktionstyp. Das heißt, die hat einen Typ und macht irgendwas damit. So, das heißt, wir erwarten in unserer higher order function zum Beispiel eine Funktion, die ein A vom Typ int nimmt und ein B vom Typ auch int, okay. Und selbst gibt sie dann zurück, das ist der Rückgabewert hier, also das ist alles nur diese Funktion, okay. Und zurück gibt sie einen, nee, sagen wir hier, sie nimmt einen float und sie nimmt einen float und zurück gibt sie im Endeffekt einen int. So, ja und dann haben wir ein bisschen Variation drin, dann muss ich nicht immer die ganze Zeit dasselbe benutzen. So, und das beschreibt jetzt den Typ der Funktion. Das sieht jetzt erstmal super komplex aus, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Im Endeffekt steht hier, der Parameter, äh, Parameter, Entschuldigung, der Parameter von higher order func nennt sich func, klein geschrieben. Und dieses func ist eine Funktion, die zwei float Parameter verwendet und einen int zurückgibt, okay. So, das ist jetzt erstmal so der Gedanke hinter diesen Parametern. Natürlich können wir hier auch noch ein A bekommen vom Typ int, das ist gar kein Problem, okay. Und dann sagen wir hier drin zum Beispiel, wir wollen func aufrufen, das heißt wir kriegen value result ist gleich func. Achtung, wir können jetzt func quasi aufrufen, als wäre es eine Funktion, die wir uns innerhalb dieser Funktion hier definiert haben. Also quasi so, ja, warfunk, äh, funfunk natürlich meine ich, funfunk, ähm, die benutzt dann ein A, wobei eigentlich können wir das kopieren, ne. Ein A vom Typ float, ein B vom Typ float und sie gibt mir ein int zurück. So, und da sollten natürlich eine Klammer weniger sein. So, und die gibt mir einfach hier 42 zurück, beziehungsweise sie gibt mir A plus B. Und das selbstverständlich gerundet einfach zurück, okay. So, das ist jetzt im Endeffekt das, was wir hier haben wollen. Ähm, ein bestimmtes Problem ist natürlich hier, wenn wir round aufrufen, dann gibt das ein float zurück, weil, ähm, ja, ich meine natürlich .to int, ähm, kann ein float zurückgeben, weil hier nan und sowas rauskommen kann bei round, aber im Endeffekt rundet uns das, das ganze Ding einfach in einen Integer. Ähm, und ja, im Endeffekt ist das schon unsere Funktion, also sowas könnte man hier als Parameter reinpacken, okay. Ich kann aber genauso gut hier als Parameter ein Minus erwarten oder ein Mal oder irgendeine andere Variante, die irgendwas mit A und B macht und dann am Ende ein Int zurückgibt, okay. So, und da wir nicht wissen, was das ist, sagen wir hier einfach mal, okay, ähm, wir rufen diesen Parameter namens func einfach auf. Und zwar mit zum Beispiel, ähm, 1,5 und 2,5 und wir bekommen natürlich am Ende, achso, ja, richtig, äh, das ist ja quasi ein Double hier, ähm, okay, dann changen wir das einfach mal hier alles zu Double. Wie gesagt, das dient nur zu Demonstrationszwecken, das ist eigentlich nicht so wichtig. So, ähm, und jetzt kriegen wir hier quasi zwei Gleitkommazahlen zurück, äh, oder geben zwei Gleitkommazahlen hier rein, bekommen ein Integer zurück, das heißt, dieses res ist eindeutig vom Typ int, weil wir geben das ja hier direkt an, beziehungsweise hier. Das hier nehmen wir ja einfach mal an, dass das nicht existiert. So, und dann bekommen wir dieses res zurück und dann haben wir noch ein a, ja, das ist, also als Parameter meine ich, das ist hier auch noch ein Int, das heißt, wir können hier einfach sagen, okay, wir geben zurück, nee, halt, stopp, wir wollen gar nichts zurückgeben. Wir wollen print res und print a, weil unsere Higher Order Function gibt ja aktuell nicht wirklich was zurück. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wenn wir das hier aufrufen, das funktioniert so nicht. Das heißt, was wir machen ist, wir definieren uns eine Funktion innerhalb dieser Funktion, also eine lokale Funktion mit irgendeinem Namen, ähm, myLocalFun, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, die genau diese Restrictions erfüllt. Das heißt, die nimmt ein a vom Typ Double, ein b vom Typ Double und gibt ein Int zurück. Ihr könnt das auch als eine Zeile schreiben, das ist völlig egal, ihr könnt es auch direkt hier drin definieren, wenn ihr lustig seid, als eine Lambda-Funktion hattet ihr auch schon, aber müsst ihr nicht machen. Wir können auch einfach hier sagen, myLocalFun, 42, okay, weil 42 ist quasi mein zweiter Parameter hier. So, Problem ist jetzt hier, Kotlin erkennt das ganze Ding nicht so richtig als eine richtige Funktion. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir schreiben das sozusagen um, damit das hier auch wirklich eine, nein ja, eine Variable wird, okay. Das heißt, wir sagen hier, Value, myLocalFun ist gleich, so und jetzt können wir hier einfach sagen, was wir hier haben wollen. Und nun ja, ähm, hier kann man jetzt zwar dieses Doppelpunkt Int nicht mehr direkt angeben, aber wir können hier einfach sagen, okay, bild das mal ab auf das da. So, und, ähm, ja, das können wir hier, also das, ups, sorry, das Return können wir hier einfach auch rausschmeißen und dann wissen wir automatisch, ja gut, okay, wir haben zwei Parameter, die am Ende auf diese Funktion, also im Endeffekt Round von A plus B to Int abgebildet werden. Jetzt müssen wir nur noch sagen, dass das auch wirklich eins ist, das heißt, wir packen dann noch diese geschweiften Klammern drumherum, die wir aus den Lambda-Funktionen kennen und schon sind wir fertig. Das heißt, wir haben jetzt hier, das ist im Endeffekt jetzt keine Standardfunktion mehr, sondern eine, naja, eben doch eine Lambda-Funktion, es tut mir sehr leid. Aber, ja, ähm, im Endeffekt ist das jetzt eine Lambda-Funktion und die können wir so groß machen, wie wir wollen. Im Endeffekt ist die Schreibweise exakt gleich, ja. Ich kann hier noch sehr, sehr viel mehr machen, äh, ich kann dann noch irgendwas printen, so, print, äh, hallo Welt und dann kann ich hier, ähm, ah, hier wird mir sogar angegeben, das ist quasi der Lambda-Ausdruck, hier wird returned, okay. Das heißt, ich kann hier auch von mir aus sogar sagen, value res ist gleich das da und dann kann ich hier einfach res angeben. So, und dann ist das da das, was eben im Endeffekt returned wird, ähm, quasi das, wo wirklich nur ein Wert da steht, der wird dann zurückgegeben und das ist das Ergebnis von dieser Funktion. So, und diese Funktion, diese Lambda-Funktion im Endeffekt, die kann ich jetzt eingeben in meine Higher-Order-Funktion, die eben eine Lambda-Funktion verwendet, die muss aber von der Signatur immer absolut übereinstimmen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich zwei Parameter haben, a und b, die beide vom Typ Double sind und am Ende muss ein Integer dabei rauskommen, sonst kann ich das hier nicht als, äh, Ergebnis reinpacken. Das heißt, wenn ich das so mache, sehen wir hier, myLocalFun hat ein Problem, denn angefordert wurde Double Double zu Int, ja, das ist das, was quasi die Funktion, äh, die Higher-Order-Funktion als Parameter möchte. Aber man hat gefunden Double Double zu Double, was bedeutet, ja gut, hier kommt ein Double raus und, also in diesem myLocalFun kommt ein Double raus und kein Int. Und das liegt eben an diesem Round, das heißt, man muss hier eben das Ganze noch zu Int konvertieren. So, und ja, dann kann ich das Ganze eigentlich laufen lassen, wenn ich das möchte, ähm, und, ja, dann kommt im Endeffekt das Ergebnis raus. Hallo Welt, 4, 4, 2. So, ähm, im Endeffekt ist das das Result oder das Ergebnis von dieser Function hier und a ist der zweite Parameter, das ist dann diese 42 hier. Okay, das heißt, wir haben hier im Endeffekt 1,5 plus 2,5 gerechnet. Wir können hier natürlich auch einfach sagen, hey, ich möchte das Ganze minus machen, ja, das geht genauso. So, und dann bekommen wir minus 14 raus als Ergebnis von Res, nee, Moment, minus 1 raus. Ich sollte das vielleicht als Printline schreiben, sonst wird das langsam, aber sicher unübersichtlich. Und das hier ist auch natürlich ein Printline. So, ähm, minus 1 bekommen wir dann raus. Wir können aber hier jede Funktion reinstecken, die irgendwas mit zwei Integern macht. Also, die, die Berechnung ist völlig egal. Jetzt, wann ist sowas sinnvoll und kennt ihr sowas vielleicht sogar schon? Nun, Higher Order Functions habt ihr schon kennengelernt. Ihr habt zum Beispiel Map benutzt. Das heißt, ihr habt quasi eine Lambda-Funktion in diese Map-Funktion reingesteckt und dort drin dann im Endeffekt, ja, wurde diese Funktion für euch ausgeführt. Und jetzt könnt ihr quasi selber solche Funktionen wie Map oder, oder eben Fold oder sowas schreiben. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool und ziemlich mächtig. Das heißt, dieses, naja, es ist nicht wirklich schön anzusehen. Man kann es in den allermeisten Fällen auch anders lösen, aber es ist sehr elegant. Das heißt, es erfordert sehr, sehr wenig Code. Und dadurch ist es natürlich auch sehr schnell geschrieben, weil man sich eben nicht so viele Gedanken dann machen muss darum, wenn man das mal verinnerlicht hat. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Ganze so ein bisschen zu probieren, zu üben. Es fördert auch nochmal so generell das Verständnis von eigentlich dem ganzen Code hier. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.